So, einen wunderschönen guten Abend meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Vlog und ja, heute ist Montag, heute hat die Vera abgeholt und danach kam die Mama und da ist sie Anne und jetzt bin ich wieder hier bei Anne, also bei Mama, einer schlafe ich hier bei uns und morgen sind wir bei Papa, also bei Vera, bei Lars und morgen kommt der Lars wieder zurück und ja, und der Simon, der ist auch schon da und die Mama Anne, nein, noch nicht, wir wollen klein gegen groß schelisch machen und der Simon, der ist auch da, Simon hat doch sehr klein, groß, sehr schelisch gemacht, klein gegen groß und ja, ich gehe jetzt gleich meine Täter anrufen und zwar der Asrin, und ja, wir machen sie in der Schule, also ich war ja jetzt dann, also ich komme jetzt in der 7a, weil es ist immer Klasse 6b, aber jetzt komme ich in der Klasse 7a, ich glaube, wir haben sie in der Schule noch, aber es ist noch in der Umgangsstufe, aber ja, so und ja, wir haben gerade Togo Plus gekommen, es kommt gerade Ritter hoch 3, Ritter raus, ja, und ja, und ja, und ja, gleich gucke ich meine Täter Asrud an und morgen sind wir uns wieder, ja, also das war's, was da mit der Schee, und ja, ich hoffe, euch das Video gefallen hat, gibt's Daumen nach oben, wird euch das Video nicht gefallen, macht Daumen nach unten und abonnieren, mein Kanal ist ja immer Klasse, Luft und schreibt unten in die Kommentare, und, äh, bei Challenge und bei Pranks und bei Spiele, wird bei Lukasco gemacht, und morgen kommt wieder ein neues Video bei Nanibet, also Teil 2 mit in China, die chinesische Mauer, mit Rhein und Alina, das wird erst morgen wieder kommen, aber, äh, Ja, also, das war's, Tschüss, ihr Lieben!